Das Ende der Weimarer Republik aus staatsrechtlicher Sicht Karl Schmidt im Gespräch mit Klaus Fege und Dieter Gros Auszüge aus einem Radiointerview aus dem Jahre 1971 Ich bin ja doch schließlich ungefähr so alt wie der alte Hindenburg. Der war 85, ich werde 84. Da ist so viel zu erzählen, auch infolge der Memoiren von Heinrich Brüning. Brüning hat ja den alten Hindenburg geschildert, die Schilderung stimmt, im Wesentlichen. Der war ein alter, gebrechlicher Mann. Ich habe ihn übrigens gar nicht persönlich gesprochen. Er hat sich gar nicht um diese Sachen gekümmert, der alte Hindenburg. Ich war aber immer informiert, auch über Einzelheiten der Entwicklung, durch meinen Freund Erich Marx. Und soweit Eugen Ott in Betracht kam, vor allen Dingen auch durch Ott. Besonders aber Marx. Der alte Hindenburg mochte nämlich den Marx gerne. Und Marx hielt da also regelmäßig, ich glaube um 11 Uhr so berichte als Pressechef von Schleicher. Da war ich immer, immer gut im Bilde. Man müsste mal überlegen, wo ich ansetze. Dieter Gros Vielleicht als Zwischengeschichte die Sache mit der nächtlichen Vernehmung bei den Russen. Karl Schmidt Nein, bleiben wir noch bei dem alten Hindenburg, um meinen Ausgangspunkt zu finden. Sehen Sie, Brüning erzählt das sehr richtig und ich habe nicht mit Hindenburg so zu tun gehabt wie Brüning. Hindenburg Das war ein alter, gebrechlicher Mann, aber alles, was ich von ihm gehört habe, und alles, was auch Brüning erzählt, stimmt. Er wusste, wie alte Männer, wie ein alter Mann sich einteilt, mit dem immer kleiner werdenden Rest seiner physischen und psychischen und intellektuellen Kräfte. Das kann jeder von Hause gesunde alte Mann erreichen, das macht jeder alte Konzerninhaber und jeder alte Bauer und jeder alte Geschäftsmann wahrscheinlich ebenso. Man teilt sich das ein. Der alte Clemenceau war nicht viel jünger als Hindenburg, als er in Versailles praktisch die ganze riesige Versailler Konferenz beherrschte. Der war so müde, der schlief ein, bei den Sitzungen, hatte ein Ätherfläschchen bei sich. Von Zeit zu Zeit wurde er wach, immer im richtigen Moment, und hat die ganze Sache beherrscht und hat diesen Wilson, der doch 30 Jahre jünger war und der die Weltmacht hinter sich hatte, buchstäblich um den Finger gewickelt. Das war der alte Clemenceau. Nicht nur während des Krieges hat er für Frankreich schließlich den Sieg gerettet, sondern nein, während der riesigen Friedenskonferenz, dieser ungeheuerliche Apparat mit Amerikanern, Engländern, Franzosen und so weiter. Das alles hat der alte Clemenceau durchgesetzt. Das gibt es, und insofern war es das gleiche bei Hindenburg. Der alte Clemenceau schlief auch fortwährend ein. Er wusste sich das so einzuteilen. Oder der alte de Gaulle, mit seinen 80 Jahren. Ist doch erstaunlich, was er fertiggebracht hat. Insofern muss man das anders beurteilen. Dann die Abhängigkeit von seinem Sohn Hindenburg. Er war abhängig selbstverständlich. Jeder. Ich bin von meiner Wirtschafterin abhängig, das sind auch jüngere Leute. Im Alter wird man selbstverständlich von diesen Dingen abhängig, aber man weiß genau zu unterscheiden, wann etwas Wichtiges kommt und wo das alles plötzlich keine Rolle mehr spielt. Hindenburg. Nun, das kann man als Intelligenz nicht mit Clemenceau vergleichen. Aber irgendwie als ein Mann, dem eben gewisse Dinge am Herzen lagen und wichtig waren und sogar entscheidend waren. In der Hinsicht kann man in der Tat einen gewissen Vergleich ziehen. Was war nun Hindenburg wichtig? Nun war er alt und hatte sich wählen lassen. Zum zweiten Mal wählen lassen. Was war aber diesem Mann noch wichtig? Dieser Mann hatte, das weiß ich besonders aus Schilderungen von dem Major Marx, Erich Marx, dem Pressechef. Der Mann hatte, ja, einige Wunden, einige Traumata, und vor allen Dingen hatte der ein allesbestimmendes Eidestrauma. Seine Kameraden, die er als Kameraden gelten ließ, auch auf gleicher Ebene, und vor allen Dingen Ludendorff, haben ihm öffentlich vorgeworfen, er habe dem Kaiser, dem obersten Kriegsherrn, einen Eid geschworen und diesen Eid gebrochen, in dem er damals mit der republikanischen Regierung zusammenarbeitete und so weiter. Das hat ihn furchtbar getroffen. Darüber kam er nur in der Weise weg, dass er sagte, Zitat Ja, ich fühle mich ja nur als Stellvertreter des Kaisers. Zitat Ende Das hat nicht dieselbe Bedeutung wie etwa, wenn Brüning sagt, Zitat Ich will die erbliche Monarchie wieder einführen. Zitat Ende Da machen wir ein verfassungsänderndes Gesetz, machen erst den Kronprinz zum Regenten und überlegt sich das nach allen Seiten hin. Hindenburg dachte überhaupt nicht weiter, als bis zu diesem Mann, der da in Dorn saß, dem Kaiser Wilhelm II., dem hat er einen Eid geschworen. Und da wirft man ihm nun vor, er hätte diesen Eid gebrochen. Damit wurde er nicht fertig. Und dann ließ er sich bereden, 1925 als Reichspräsident zu kandidieren, wurde gewählt und siehe da, am 12. Mai 1925 hat er vor versammeltem Reichstag den Eid geschworen. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Also, er hat den religiösen Eid geschworen. Und das war die Sache. Er sagte ja auch immer, ich habe einen Eid bei Gott geschworen. Ich habe meinem Kaiser einen Eid geschworen, den kann ich nicht brechen. Ich will ihn mal jetzt so interpretieren. Das hat er nicht gesagt. Aber das hört man, wenn man weiß, um was es sich handelt, auch aus dem, was Brüning wörtlich erzählt hat. Wilhelm II. hat sich ja auch, als Hitler kam, eingebildet, der wäre dafür da, ihn, also den Wilhelm, wieder auf den Thron zu setzen. Er sagte, der macht seine Sache sehr gut. Naja, das sind diese Leute. Und er saß dann noch in Dorn, und der alte Hindenburg, der konnte den gar nicht fragen oder dergleichen. Ich weiß nicht, ob er den unter der Hand informiert hat. Hindenburg den Kaiser, bei seiner ersten Wahl 1925. Jedenfalls war das so, wenn Brüning sagte, Hindenburg fühlte sich als Stellvertreter des Kaisers. Dann heißt das nicht, er wollte so schnell wie möglich und mit allen Mitteln die Monarchie wieder einführen. So weit dachte der gar nicht. Nun kam Hindenburg auf einmal in die Situation, dass er noch einen Eid geschworen hatte, nämlich den Eid auf die Verfassung. Da hat er, das war im Juni 1925 herum, vor versammeltem Reichstag gesagt, ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen, und so weiter. Das war nun ein zweiter Eid, und den wollte er nicht brechen. Er wollte auch nichts tun, dass man ihm nachsagen konnte, du hast wieder einen Eid gebrochen. Das Einzige, was ihn interessierte, war, ich habe einen Eid auf die Verfassung geschworen, auf die Verfassung, und ich tue nichts, was gegen die Verfassung ist, was man als verfassungswidrig bezeichnen kann. Weitere juristische Fragen wären lächerlich gewesen, angesichts der schon fast, ich möchte sagen, vorzeitlichen Einfachheit, aber Geradlinigkeit eines solchen Mannes. Das war eine gerade Sache bei ihm. Das war so einfach, und das wussten auch im Grunde alle, die mit ihm zu tun hatten. Otto Braun zum Beispiel, die ganzen Sozialdemokraten, die wussten alle, in dem Punkt kann man sich auf den Mann verlassen. Nun war das das zweite Eidestrauma. Nun ging die Sache aber gut. Auch nach der Wiederwahl 1932. Aber da fing es schon wieder an. Die Wiederwahl verdankte er ja den Sozialdemokraten und Brüning. Brüning erzählt das in seinen Memoiren sehr ausführlich, und ich glaube, dass der Teil von Brünings Memoiren auch sicher authentisch ist, sonst ist ja darin vieles umstritten. Nun kommt also das dritte Trauma. Das ist der Prozess Preußenreich, vor dem Staatsgerichtshof in Leipzig. Da bin ich nun tatsächlich informiert. Da fängt es an, wo ich schon von einem denkbar guten Beobachtungsposten her die Sache selbst beobachten konnte. Und dieser Prozess begann am 20. Juli 1932. Noch am gleichen Tag wurde der Staatsgerichtshof angerufen und einstweilige Verfügung beantragt. Nun ging die Sache auf einmal auf die juristische Ebene über. Nun kommt ein vielleicht allergischer Punkt bei mir. Nämlich die Erkenntnis eines langen Juristenlebens. Nicht nur direkt von Prozessen her gedacht, sondern auch von den viel wichtigeren Dingen, die gemacht oder vermieden werden sollten, im Hinblick auf einen Prozess, so dass also die Öffentlichkeit nichts davon versteht, was alles geschieht, um einen Prozess zu vermeiden. Was alles geschieht, um einen Prozess so zu führen, dass der entscheidende Punkt nicht in die Öffentlichkeit, in die ganze Diskussion der Dialektik und Sophistik, in die Schikanen eines Prozesses hineingerät. Das ist ein Prozess. Wie wollen wir das nennen? Eine Allergie. Die habe ich auch bekommen. Ich würde nicht leicht einen Prozess führen, aber ein Mann wie Hindenburg, der kannte diese Welt überhaupt nicht. Der hat nie in seinem Leben einen Prozess geführt und wusste gar nicht, was das ist, und es interessierte ihn auch gar nicht. Es interessierte die Soldaten überhaupt nicht. Das Schlimme bei Kurt von Schleicher war, im Grunde interessierte ihn das ebenso wenig. Er hat mir tatsächlich mal gesagt, ich fragte ihn mal zufällig, ob er den Fall vorgesehen hätte, dass wir den Prozess verlieren. Und dann lachte er so und sagte, in seiner so etwas leutnantshaften Weise. Zitat Dann gehört die ganze Gesellschaft an die Wand gestellt. Zitat Ende Das nahm er gar nicht ernst. Ich habe mal mit François Poncet später darüber gesprochen. Der sagte, Schleicher war ein ungebildeter Mann. Das meinte er nicht so, wie es vielleicht im Deutschen klingt. Aber ich kann mir denken, vom Standpunkt eines derartig gebildeten Mannes, vom Standpunkt eines französischen Botschafters in Berlin, der Goethes Wahlverwandtschaften vorbildlich ins Französische übersetzt hatte, da war Schleicher eine sehr einfache Kadetten- und Leutnantsfigur. Er wusste aber auch die guten Seiten von Schleicher zu schätzen. Er hat ihn ja nochmal getroffen, einige Male danach. Das ist ja auch Schleicher später zum Unglück geworden. Aber ich spreche ja von Hindenburg. Der Mann war nicht nur unzeitgemäß, sondern er war schon so alt, dass er jenseits der Linie war. Wenn Sie von Zeit in diesem Sinne sprechen. Dieses Element, in dem wir uns bewegen. Jetzt ist also das dritte Trauma dran. Der Prozess in Leipzig. Und da ließ uns Hindenburg sagen, wenigstens teilte uns das der Reichspressechef Marx mit. Zitat Blamieren Sie mich nicht vor den Amtsrichtern in Leipzig. Zitat Ende Das war also alles. Das war der Horizont, in dem er das bis dahin sah. Staatsgerichtshof. Das kannte er ja überhaupt nicht. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie fern und fremd ihm diese Welt war, diese Welt der Prozesse. Und was ich eben erwähnen wollte, ist meine eigene Allergie gegenüber Prozessen, weil ich eines weiß, was leider noch von keinem großen Rechtstheoretiker, oder irgendeinem Rechtsphilosophen oder Rechtswissenschaftler, mal richtig zum Allgemeinbewusstsein zu bringen. Wenn schon heute jeder Physiker weiß, dass das Erkenntnisinstrument, das Objekt verändert, wie soll denn ein solches Erkenntnisinstrument, um die Wirklichkeit und die Wahrheit zu erkennen, nicht den Gegenstand verändern? Wenn etwas den Gegenstand verändert, so ist es der Prozess, das hat man auch in den Nürnberger Prozessen gesehen. Das ist doch das Allererste, was ich mir sagen muss. Vor allen Dingen selbstverständlich über hochpolitische Dinge, wenn ich überhaupt mit diesen Mitteln der Erkenntnis und der Wahrheitsfindung auftrete. Dieses Gefühl des alten Hindenburg, das war im Grunde das Gefühl von Millionen normaler Menschen, die einfach nicht gern mit dem Gericht zu tun haben. Mit dem Gericht hat man nicht gern zu tun. Die Zeiten kann man sich vielleicht heute nicht mehr vorstellen. Nun hatten wir ihn ja. Der Prozentsatz ist schwer auszurechnen, nach Artikel 48, Absatz 1, Reichsexekution, hatten wir ihn verloren. Ergebnis Das Kabinett Braun blieb preußisches Kabinett und blieb die Vertretung im Reichsrat. Nach Artikel 48, Absatz 2, Ausnahmezustand, Diktatur. Haben wir den Prozess hundertprozentig gewonnen. Die blieben alle im Amt. Der Reichskommissar Papen und so weiter, und die von Papen eingesetzten Beamten in der Zwischenzeit. Wir hatten keine Presse, außer der Deutschen Zeitung, die zur Reichsregierung stand. Und die tägliche Rundschau, das war mehr das Blatt von Schleicher selbst. Die ganze übrige Presse, die bürgerlich-liberale Presse, die Zentrumspresse, waren natürlich alle uns feindlich gesinnt. Die schrien, sie hätten den Prozess gewonnen, weil ja die Regierung Braun als preußische Regierung anerkannt blieb. Diese salomonische Teilung des Kindes, die sich der Staatsgerichtshofspräsident in seiner juristischen Vorsicht und salomonischen Weisheit geleistet hatte, die wirkte sich verheerend aus, auf die weitere Situation. Das haben sie alles vergessen. Das war nun der Geist. Da kamen nun neue Zerrereien. Niemand macht sich eine Vorstellung von dem Gezerr, das da entstand. Diese ganze Presse, wenn sie die Presse in der Zeit von Ende Oktober 1932 fast bis zur Ernennung Hitlers lesen, immer neue Prozesse, neue Notverordnungen nach Artikel 48. Sie müssen mir glauben, das war ein allgemeines Wirrwarr. Der wurde allmählich jedem zu viel, egal von welcher Seite. Nun, der alte Mann kannte sich überhaupt nicht mehr aus. Wenn sie dem schon mit Absatz 1 und Absatz 2 kamen, hatte er zu viel. Und dem nun, juristische Vorlesungen zu halten, war hoffnungslos. Was stand denn nun eigentlich in der Verfassung? Was hätten sie dem alten Mann geantwortet? Was soll er denn nun eigentlich konkret tun? Der neu gewählte Reichstag hatte eine aus Kommunisten und Nationalsozialisten zusammengesetzte überwältigende Mehrheit. Ja, das war eine schöne Sache. Die fanden sich mal. Mal lieferten sie sich blutige Straßenschlachten, je nachdem. Machten einen gemeinsamen Verkehrsstreik, machten gemeinsame Amnestien. Es ist ja eigentlich unvorstellbar, nicht? Und in der Situation eine parlamentarische Regierung zu verlangen, das glaubt ja heute niemand mehr. Nun, der Papen hatte sich derartig abgewirtschaftet, das war ja nicht mehr zum Ansehen. Er trat schließlich zurück, und schließlich musste Schleicher Anfang Dezember 1932 selber die Reichsregierung übernehmen. Das habe ich übrigens mit Eugen Ott genau durchgesprochen. Es war ja billig, da Bedenken zu haben und vorzutragen, dass der Reichswehrminister, ein aktiver General, gleichzeitig Reichskanzler ist. Das war ja für alle normalen Begriffe von westlicher Demokratie eine geradezu horrende Sache. Da fiel mir nachträglich noch etwas ein, anlässlich des Stellvertretergesetzes damals, das konnte ja gar nicht gut gehen. Und vor allen Dingen die Sozialdemokratie, auf die sich Schleicher Hoffnungen machte und machen konnte. Denn da hatte er sehr bedeutende Sympathien, auch bei Otto Braun. Otto Braun wollte ja diese ganze verwirrte Lage, die durch das Urteil des Staatsgerichtshofs entstanden war, benutzen, und Schleicher wollte sie auch benutzen, um eine Annäherung zu erreichen. Regierung Schleicher zu den Gewerkschaften, von den Gewerkschaften her zur Sozialdemokratie zu gehen, das kennen sie aus der Verfassungsgeschichte. Das ist nicht gelungen. Der andere Versuch, einer Spaltung, die nationalsozialistische Partei zu spalten durch Gewinnung von Strasser für eine Regierung, ist Schleicher auch nicht gelungen. Das waren aber alles durchaus seriöse Ansätze. Das darf man heute nicht vergessen. Ich besitze sogar noch einige Briefe von Franz Neumann. Ich weiß nicht, ob Ihnen das noch ein Name ist, der war damals Anwalt und Berater der Gewerkschaften in Berlin, und der war durchaus für eine solche Möglichkeit. Die sind da außerordentlich weit entgegengekommen. Aber das spielte sich ja alles in einer so vergifteten Atmosphäre ab. Kurzum, der Alte fragt, was soll ich nun machen? Er hatte genug von Artikel 48, er wollte zum Parlamentarismus zurück. Was heißt denn nun Parlamentarismus? Das heißt, Regierung einer Mehrheit, die eindeutig das Vertrauen des Reichstags hat. Die Mehrheit des Reichstags war eine aus Kommunisten und Nationalsozialisten zusammengesetzte, sich gegenseitig Straßenschlachten liefernde Mehrheit. Also man denke sich doch nur einen Augenblick mal in diese Lage zurück. Und da übernahm Schleicher die Regierung. Die undankbarste Rolle, die jemals einer übernommen hat, und dazu auch noch ein General. Ich erinnere mich noch des ausführlichen Gespräches mit Ott über diese Sache. Wir fuhren zusammen in seinem Wagen nach Werder an der Havel und aßen dazu Mittag, damit wir nicht irgendwie abgehorcht wurden. Aber zu raten war da ja gar nicht viel, weil, das suchte ich ihm auch klarzumachen, so viele Gewerkschaften auch sympathisierten mit Schleicher, und wussten, er verdiente dabei. Er wollte etwas Vernünftiges tun, im Vergleich zu Papen oder Hugenberg und diesen ganzen Leuten. Diese Sympathien nutzten Schleicher allerdings sehr wenig, weil eine rein doktrinäre oder ideologische Vorstellung sich im entscheidenden Augenblick durchsetzte, und zwar vor allem durch Rudolf Breitscheidt, SPD. Ich hatte einige Zeit vorher mal mit Breitscheidt ein nächtliches Gespräch bei einer gemeinsamen Bekannten. Ich muss sagen, bei allem Respekt, den man dem Mann schuldig ist, diese Verbissenheit. Er war ja in dem Sinne kein Proletarier. Für ihn hörte überhaupt die Weltgeschichte auf, wenn schon der Wehrminister kein Zivilist, sondern ein General war. Das war schon ein Zeichen, dass hier überhaupt keine Demokratie und nichts mehr ist. Nun sollte derselbe General, der auch womöglich noch in Uniform erschien, dieser soll also noch Reichskanzler werden. Das brachten die nicht. Es gibt gewisse Dinge, die gehen einfach nicht. Aber das war die eine Seite der Sache. Die hoffnungslose Situation von Schleicher, die stellte sich allmählich heraus. Er war aber noch optimistisch. Die Wiederkehr Papens war seine Gefahr, die hielt er bis Mitte November einfach nicht für möglich. Die lachten einen einfach aus, wenn man hörte, der Papen war inzwischen am 4. Januar bei dem Baron Schröder, und das ist gefährlich. Im Anschluss an meinen Vortrag vom 18. Januar 1933 bei der Reichsgründungsfeier, hat mich hinterher noch François Ponzet gewarnt, hat mich nochmal vor Papen gewarnt. Er wusste besser Bescheid, aber Ott lachte einfach und sagte, der Mann ist doch derartig tot, dieser Papen, in welcher Form soll der überhaupt wieder auferstehen? Aber nun, sie wissen ja, wie es schließlich gekommen ist. Wir wollen bei unserem Thema bleiben, das der alte Hindenburg fragte, was steht denn eigentlich in der Verfassung? Wen soll ich denn ernennen? Nennen Sie mir einen. Ich ernenne ihn sofort, der eine Mehrheit hat. Eine regierungsfähige Mehrheit. Dass die Mehrheit, eine aus Nationalsozialisten und Kommunisten zusammengesetzte Mehrheit, keine regierungsfähige Mehrheit ist, das glaubt ja wohl jeder, und ich wüsste niemand, der das bestritten hätte. Das brauchen wir hier nicht zu erörtern. Das war die Situation, vergessen Sie nicht, wir sprechen von dem Eidestrauma. Ich sage absichtlich Trauma. Das soll nichts Psychoanalytisches sein, sondern das heißt einfach eine Wunde, eine Sache, über die man nicht redet, die einen aber zu einer bestimmten Art von Handeln zwingt, innerlich zwingt. Das war hier die Treue, wenn Sie das so nennen wollen. Die Treue zur Verfassung. Da braucht man gar nicht pathetisch sein. Hindenburg tut nichts, was Anlass oder Grund sein könnte, ihm eine Verfassungswidrigkeit vorzuwerfen. Nun nähere ich mich allmählich dem Punkt, auf den ich das ganze Gespräch führen will. Da möchte ich also bei dem Artikel 25, Absatz 2 der Reichsverfassung ansetzen. Es handelt sich natürlich um die Auflösung des Reichstags. Nun, aufgelöst ist der Reichstag schnell, aber was macht man dann? Nicht nur, was kommt dann, sondern, was macht man? Wer löst auf? Ich selber hatte doch im Sommer 1932 schon in meinem Buch, Legalität und Legitimität, ausdrücklich diese Theorie von den politischen Prämien auf dem legalen Machtbesitz aufgestellt, und hatte darauf hingewiesen, im Hinblick auf die Situation von 1932, einen Nationalsozialisten oder einen Kommunisten zum Reichskanzler zu ernennen. Das ist verfassungswidrig. Das stand damals selbst in der täglichen Rundschau. Sowas wird ja nicht mehr von den heutigen Zeithistorikern zitiert. Ich kann's Ihnen aber zeigen, ich hab die Nummer sogar noch. Ich will mich hier nicht beschweren, aber ich begreife es nicht, wie so etwas heute verschwiegen und totgeschwiegen werden kann. Da steht ausdrücklich in einer Schlussbemerkung. Man soll sich überlegen, was man tut, wenn man an die politischen Prämien auf dem legalen Machtbesitz denkt. Wenn man einen Nationalsozialisten oder einen Kommunisten zum Reichskanzler ernennt. Was das heißt? Das heißt praktisch, ihm die Reichswehr und die Polizei in die Hand geben, und das heißt noch vieles andere. Das war ganz selbstverständlich, aber da handelt es sich ja vor allen Dingen um die Polizei. Das alles bekommt sofort ein anderes Bild, wenn sie es mit diesem Artikel 25, Absatz 2 der Reichsverfassung in Verbindung bringen. Die Leute dachten damals nicht weiter, aber ganz nah haben sie auch nicht gedacht. Über den Punkt dachten sie immerhin weg. Nämlich, sie dachten nicht daran, und das konnte man auch. Ich hab's gesagt. Aber die hörten ja nicht, die mussten ja ununterbrochen verhandeln. Denn dieses Problem der politischen Prämien auf dem legalen Machtbesitz bekommt seine eigentliche Bedeutung erst durch die Auflösung des Reichstages, im Zusammenhang mit der Frage. Wer hat während des Wahlkampfes für den neuen Reichstag die politischen Prämien auf dem legalen Machtbesitz in der Hand? Das ist die Frage, wer löst auf? Der Reichspräsident. Aber durch welchen Reichskanzler? Und die weitere Frage? Wer bleibt während der 60 Tage, während des Wahlkampfes? Wer hat da legal die Reichswehr und die Polizei und alles weitere in der Hand? Ich freue mich, dass ich das endlich mal so jemand sagen kann. Es will ja niemand hören, aber es ist absolut entscheidend. Das war die Lage Schleichers. Und in dieser Lage gab es nur einen sicheren Punkt. Der Reichstag wird aufgelöst. So doll die Situation auch war. Das war kein Kunststück. Reichstag auflösen. Aber die Frage war, wer löst ihn auf? Das heißt, wer hat während der 60 Tage bis zur Neuwahl die politische Macht in der Hand? Sehen Sie, in Artikel 25 steht, dass der Reichstag aufgelöst wird. Der Termin für die Neuwahl muss binnen 60 Tagen, gleichzeitig mit der Neuwahl gestellt werden. Das war bisher auch immer korrekt geschehen. Nun wollten die im Hinblick auf die turbulente Lage, auf die wirklich chaotische Lage im damaligen Deutschland, die wollten auflösen. Papen wollte auflösen. Die Deutsch-Nationalen, das war Hugenberg und viele andere, die riefen nach Auflösung unter Missachtung dieser Vorschrift des Artikel 25. Also ohne Bestimmung eines Termins für die Neuwahlen. Sie sehen vielleicht nicht gleich, was das bedeutet für den Zusammenhang mit dem Eidestrauma. In diesem fürchterlichen Durcheinander, wo man schließlich auch nicht wusste, was steht denn in der Verfassung? Der Fall war gar nicht vorgesehen, bei einer derartigen Mehrheit von Nationalsozialisten und Kommunisten. Was steht für diesen Fall in der Verfassung? Da steht gar nichts in der Verfassung. Aber eine Sache stand drin. Man darf nicht auflösen, ohne für einen Zeitraum von 60 Tagen, binnen 60 Tagen, den Termin für die Neuwahl zu setzen. Und in aller Ungeniertheit forderte Papen, und forderte Hugenberg, Auflösung ohne termingerechte Bestimmung einer Neuwahl. In dieser Lage war die Situation also, dass der einfache Mann, der fragt, Was steht in der Verfassung? Was heißt denn heute parlamentarisch? Alles war ja umstritten. Alles, alles war unklar. Auch die rein juristisch-verfassungsrechtliche Literatur. Von allen Seiten. Eins stand aber fest. Jetzt kommt also das ganz Einfache. Der Termin, der Kalender stand fest. Was 60 Tage sind. Was der Tag der Auflösung ist, das kann jeder, der einen Kalender an der Hand hat, sich ausrechnen. Wenn ich also, sagen wir, Ende Januar auflöse, dass dann so in der ersten Märzwoche, allerallerspätestens die Neuwahl stattfinden muss. Wenn ich diesen Termin nicht bestimme für die Neuwahl, verstoße ich klar gegen die Verfassung. Das können Sie dem einfachsten Mann klar machen. Wie gesagt, gerade diese einfachen Kalenderbestimmungen, die in einer Verfassung stehen, das werden dann auf einmal die entscheidenden Fragen nach der unbestreitbaren Legalität. Und das war hier die entscheidende Frage, und deren hat sich Hitler sofort bemächtigt. Und das ist erstaunlich. Ich erinnere mich noch, dass er irgendwie schon Anfang Januar, oder um Weihnachten herum, zwei Bedingungen stellte. Er sagte, er nimmt die Reichskanzlerschaft nur an, unter der Bedingung. Erstens, Neuwahl binnen 60 Tagen. Zweitens, Ermächtigungsgesetz. Das hat er von Anfang an gesagt. Das ist die Rückkehr zum Parlamentarismus. Auf einmal war er, also Adolf Hitler selbst, der Hüter der Verfassung. Auf einmal waren die Rollen vertauscht, und jeder, der davon abweicht, der stieß auf diesen in dem Moment unüberwindlichen Punkt bei dem Alten, in dem Kopf des Alten. Da war also nichts dran zu ändern. Nun war doch, sollte man meinen, für Schleicher das auch einfach zu sagen. Nun lösen wir auf und bestimmen einfach den Termin. Wir können ja später sehen, was wir machen. Wir wissen ja gar nicht, wie die Sache weiterläuft und was in 60 Tagen ist. Das tat Hindenburg nicht. Das war ihm nicht geheuer. Ich habe an nichts anderes mehr gedacht als an Folgendes. Es handelt sich nur darum, dass Schleicher auflöst, und er hat gemeint, das hat er. Er hatte sich nämlich das damals, Anfang Dezember, wie er die Kanzlerschaft übernahm, hat er das begriffen, oder zumindest anscheinend. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, die Kanzlerschaft hat er übernommen, Anfang Dezember 1932 mit der ausdrücklichen Bedingung. Ich nehme das nur an, wenn der Reichspräsident mir die Auflösungsvollmacht gibt. Ihm. Schleicher. Das war so gedacht. Der Reichstag wird aufgelöst, und für die 60 Tage bleibt Schleicher der geschäftsführende Reichskanzler. Das heißt, die Reichswehr und die Polizei wurde nicht in die Hände eines anderen gegeben. Wenn man einen besseren gefunden hätte als Schleicher, hätte man ihn gern genommen. Aber wer sollte das denn machen? Brüning wollte es nicht. Der hätte es nicht getan. Es war ja alles schon so verwirrt. Schleicher war allmählich bei allen unmöglich geworden. Kurzum. Es spitzt sich auf einmal alles zu. Nun hatte Schleicher ein sonderbares Vertrauen auf das Wort des Alten. Und der Alte hat ja noch bis zum 26. März spätestens gesagt. Sie können sich darauf verlassen, den Hitler ernenne ich nicht. Da gibt es ja alle möglichen Äußerungen. Der Sinn war der. Hindenburg hat jedem gesagt. Sie können sich darauf verlassen, diesen Hitler ernenne ich nicht. Und darauf verließ sich zunächst Schleicher. Und da ergab sich die Situation, dass Schleicher selber irre wurde, durch das Geschrei vom Notstand. Er hat aber, soviel ich weiß, das Wort, Notstand, nicht gebraucht. Er meinte nur, wenn sie alle schreien, kann man doch keinen neuen Termin bestimmen. Er hat irgendwie in dem Punkt geschwankt. Ich habe ihn in der ganzen Zeit nicht mehr, in diesen letzten Tagen gar nicht persönlich gesehen, und es war ja auch gar nichts zu machen. Ich erinnere mich nur, dass ich am 27. Januar abends bei Marx im Hause eingeladen war. Marx war tief deprimiert und sagte wörtlich. Zitat Der Hindenburg-Mythos ist zu Ende, das ist ein schauerlicher Zustand. Schleicher muss zurücktreten oder ist schon zurückgetreten, und Papen oder Hitler kommt. Der Alte ist verrückt geworden. Eine lächerliche Meck-Mahon-Figur. Zitat Ende Das sagte mir Marx. Ich konnte gar nicht ahnen, wie das enden sollte. Ich bin damals also tief deprimiert nach Hause gegangen. Die jetzt folgende Schwenkung, am 28. Januar nämlich von der Wiederernennung Papens, zur Ernennung Hitlers, ist im Einzelnen schwer zu analysieren von außen. Schleicher war zurückgetreten. Das war ganz furchtbar. Denn das hieß doch, es wird ein anderer Reichskanzler ernannt. Entweder Papen allein. Das war ja unmöglich. Denn das war die alte Präsidiallösung. Der Papen war ja so fürchterlich erledigt. Es ist ja unvorstellbar, wie so ein Mann überhaupt noch da auf der Bühne erscheinen konnte. Der Papen war ja nichts. Er hatte ja keine Partei hinter sich. Hinter Papen stand Hugenberg. Und Hugenberg bestand darauf, kein Termin zur Neuwahl. Das neue Kabinett, das hat dann Papen zusammengestellt. Und er wurde dann also für den 30. Januar morgens 11 Uhr in die Reichskanzlei bestellt. Noch wie sie die Treppe heraufgingen um 11 Uhr, da stritten die noch über die gleiche Frage. Termin für die Neuwahl oder nicht? Und da zeigt sich also die Überlegenheit Hitlers über diese ganze konservative Gesellschaft. Da hat er gesagt, ich bestehe auf der Neuwahl, ich mache überhaupt nichts mit, wenn nicht der Termin gleichzeitig bestimmt wird mit der Auflösung. Und da ist Hugenberg im allerletzten Moment umgefallen. Und, wie gesagt, dann erst konnte man das Kabinett bilden. Aber überlegen Sie mal, ein Mann wie Hindenburg, der schließlich nur noch einen Punkt hatte. Termingerechte, verfassungsmäßige Bestimmung der Neuwahl. Der konnte ja gar nicht anders, als den Hitler ernennen, weil die anderen gegen Neuwahlen waren. Die Verfassungswidrigkeit der Papen- und Hugenbergschen-Position war ja so handgreiflich. Mit Notstand konnten sie dem Alten da nicht kommen. Ich muss immer wieder darauf zurückkommen. Der Mann war ein einfacher Mann, vielleicht aus der Steinzeit, das ist mir egal. Aber diese Art Charakter muss man ihm lassen. Wenn sie unter Charakter eine gewisse einfache Geradheit verstehen, dann hatte er sie gerade in diesem Punkt. Treue zur Verfassung. Da hatte er Charakter bewiesen. Und es blieb ihm buchstäblich. Die ließen ihm nichts übrig, diese Konservativen, und alle anderen, die nach Notstand schrien, und zwar auch die heute noch. Das Nahe und Schwere ist das Wirkliche. Bleibt Schleicher Reichskanzler für die Zeit des Wahlkampfes, oder wird es ein anderer? Und der andere konnte nur Hitler sein. Und dann ist das eingetreten, was ja glatt nach meiner Schrift, Legalität und Legitimität, verfassungswidrig ist. Dass der Führer einer verfassungsfeindlichen Partei, dass man dem die Macht in die Hand gibt, für die Zeit des Wahlkampfes. Da regen sich die Leute jetzt darüber auf, dass Hitler selbst da nicht einmal die einfache Mehrheit bekommen hatte. Er hatte ja nur mit Hilfe der Harzburger Front die einfache Mehrheit bei der Neuwahl am 5. März 1933 bekommen. Ja, sehen Sie mal, da kann man sich vorstellen, was gewesen wäre. Vor allen Dingen muss man eines wissen. Entscheidend für die Masse der Wähler war ja doch der Reichstagsbrand. Egal wer den Reichstag angesteckt hat, ganz gleichgültig, wer ihn angesteckt hat. Ob die SA oder die Kommunisten, oder der arme Pfann der Lobe allein, völlig gleichgültig. Ich sage Ihnen mal, denken Sie sich nur mal den Moment, das war ja Ende Februar 1933. Das war ja in der letzten Woche der Wahlkampfzeit. Und da kam diese ungeheuerliche Sache. Selbst wenn die SA ihn nicht angesteckt hat, und Hitler gar nichts mit der Entstehung des Reichstagsbrandes zu tun hatte. Das war immer seine Kunst. Unerwartet auf einmal ein ungeheures Geschrei zu machen, und alle zu verblüffen. Der kam ihm wie gelegen, so gelegen, dass es natürlich nahe lag, er hätte ihn erfunden. Man denke sich nur diese propagandistische Verwertung des Reichstagsbrandes, an der hing der ganze Ausgang der Wahl, und der hat dann soeben noch die einfache Mehrheit gebracht. Wenn derselbe Vorgang, der Reichstagsbrand, am 27. September 1932 passiert wäre. Wenn an dem Moment die Berliner Polizei und alles, was da weiter dazu gehört, wenn so der Reichstagbrand, in der Hand Schleichers gewesen wäre. Dann wäre das völlig undenkbar gewesen, dass diese propagandistische Ausnutzung passiert wäre. Also, das ist einer dieser Punkte, an denen Sie die politischen Prämien der legalen Macht erkennen können.